die frage war ob transformation in großen oder kleineren firmen ihr gelingt spannende frage die aber eine ganz klare antwort hat in konzernen dauert es immer länger und ist komplizierter also ich habe ja als restrukturierer sehr viel mit transformationen zu tun weil das geschäftsmodell angepasst werden muss weil die strukturen umgebaut werden müssen weil man was modernisieren muss und konzerne haben natürlich viele ressourcen die können viel geld und damit auch viel manpower auf die aufgabe auf das problem werfen aber oft sind die die entscheidungswege unendlich lang und es spielt viel zu viel firmenpolitik dort mit und eine entscheidungs unfreudigkeit weil man man möchte nichts falsch entscheiden können ja den kopf kosten also entscheidet man lieber nichts und wie wir alle wissen nichts zu entscheiden ist überhaupt die schlimmste entscheidung im mittelstand speziell im inhaber geführten sind entscheidungswege viel kürzer ja wenn der inhaber sagt bin ich überzeugt machen war dann kann man das umsetzen und natürlich sind 250 mitarbeiter leichter mitzunehmen auf eine veränderungsreise als 10.000 mitarbeiter die herausforderung im mittelstand ist nur und ich sage das mit allem respekt dass oft bei inhabern oder geschäftsführern eine gewisse beratungsresistenz da ist ich verstehe das auch warum das so ist ist nämlich deswegen so weil ein ein gründer der unternehmen über 40 jahre aufgebaut hat er hat ja was richtig gemacht und zwar offensichtlich recht viel sonst wäre er nicht erfolgreich und das unternehmen wäre nicht da und da wird oft nicht die notwendigkeit empfunden plötzlich veränderung zu implementieren warum weil bisher hat es ja geklappt so jetzt wissen wir aber vergangene performance ist ja keine garantie für die zukunft die zukunft ist immer ein bisschen anders manchmal besser manchmal schlechter aber garantiert immer anders als die vergangenheit und insofern ist natürlich auch aus der sicht des mittelständlers veränderung ein risiko weil ich soll was verändern da habe ich keine erfahrung mit das kann klappen es kann aber auch nicht klappen und typisch deutsche eigenschaften wir sind ja gerne schwarz weiß ja entweder change um des changes willen und und wir drehen das ganze ding von innen nach außen und stellen es auf den kopf oder aber wir tun uns extrem schwer mit change aber das paradoxe ist dass gerade die kleinen und mittelständischen unternehmen die großen gewinner sein können es gab ja schon vor 10 15 jahren mal den spruch dass in zukunft nicht mehr die größe zählt sondern dass der kleine agile ja auch so ein schlagwort agil dass der kleine agile den großen schwerfälligen dinosaurier von rechts überholen kann so kann man immer wieder beobachten da gibt es ganz viele beispiele und insofern bin ich absolut überzeugt ja dass der mittelstand wenn das richtig anpackt zu den großen gewinnern gehören kann wir haben in deutschland einen gesunden breiten mittelstand in österreich auch der oft unterbewertet wird aber den spruch der hidden champions ja der stammt ja auch aus dem mittelstand die konzerne sind keine hidden champions da sind die champions überhaupt nicht hidden sondern sehr sichtbar und insofern 80 prozent aller unternehmen deutschland sind ja kleine mittelständische unternehmen die großen konzerne und marken die man immer sieht sind ja die minderheit insofern darf man das gar nicht unterschätzen und deswegen habe ich auch eine große leidenschaft für den mittelstand weil ich ganz einfach das potenzial sehe und absolut überzeugt bin dass der deutsche mittelstand auch in zukunft eine rolle in der weltwirtschaft spielen kann ein